Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zum Let's Play von Crusader Kings 2 mit den von Flanderens in selbstverständlich Flandern, mit Rudolf, dem Thronräuber, der jetzt so langsam in die Jahre kommt, der ist jetzt schon 50 geworden, sieht auch nicht mal ganz so frisch aus. Ich habe mir mal überlegt, was wir denn eigentlich noch so machen können. Wir haben glaube ich noch nie oder schon vor ewigen Zeiten das letzte Mal ein Sommerfest abgehalten und da wir ja auch auf Geld aus sind, ist das denke ich mal nicht verkehrt, wenn der Wohlstand ansteigt, also investieren wir hier mal glaube ich 25 Gold in ein Sommerfest. Im Sommer soll ein Markt in Brügge stattfinden, das soll die Bauern und alle anderen Bewohner natürlich glücklich machen. Ganz toll, eine super Geschichte. Dann, bevor wir das jetzt machen, nochmal ganz kurz hier einen Blick auf den Norden, hier auf England und die englische Insel. Interessante Konstellation. Also England wird hier gerade von einer großen Revolte heimgesucht, angeführt von Redwald der Teufel, der auch schon 51 Jahre alt ist und der hat tatsächlich schon 77% Punkte gegenüber König Beelzige, der Störrische. Wow, was für ein Name. Und der hat auch schon hier eine Wegelagerabande, einen Schmugglerring, eine Diebesgilde, denn der hatte lange Zeit anscheinend gar kein Geld mehr. Wird behandelt gegen Gicht, okay. Ist ein Säufer, ein ganz schwieriger Charakter scheinbar. Oh, der ist zynisch, der ist grausam, willkürlich, lüsternd, neidisch. Das ist ja eine Sympathie für das Judentum. Das ist ja ein Charakter, der wird ja von der ganzen Christenheit glaube ich durchgehasst, oder? Ein hinterlistiger Schurke. Verwundet ist er auch noch. Das ist ja ein ganz, ganz schwieriger Charakter, mit 69 Jahren auch wahrscheinlich schon kurz vorm Tod und hat noch 41 Gold, aber es geht ihm jetzt halt wirklich flöten und dann ist glaube ich gleich diese Revolte tatsächlich sogar erfolgreich wahrscheinlich von Redwald. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Ein Pfähler, auch ein sehr komischer Charakter hier, verkommen, bringt die Nächte gerne im Kerker zu und erfindet neue Möglichkeiten zum Foltern seiner unglückseligen Opfer. Also das sind ja, das sind ja Leute hier auf der Insel. Also da würde ich ja nur wirklich nichts mit zu tun haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, dann wütet hier noch die, dieses Lagerfieber, aber das kommt ja anscheinend nicht näher, von daher haben wir glaube ich hier Glück gehabt. So. Oh, Grafschaft von Evreux wurde äh, wurde ihm entzogen. Wo ist denn die Grafschaft von Evreux überhaupt? Muss ich mal gerade nachgucken, warte mal, das mache ich. Ne, nicht Archiv, äh, 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 da, Evreux, Grafschaft, hier oben. Hat er sich hier selbst reingesetzt wieder? Hat er wieder einen Titel mehr? Das ist ja ein miesiger alter Sack, 10.000 Mann kann der einfach mal so ausheben. Das ist glaube ich ungefähr, ich habe ja, ähm, mir hier so ein, ähm, interessantes Sachbuch, äh, über 1066 und, ähm, die Eroberung, äh, Englands durch, äh, Wilhelm, ja, den Eroberer eben, äh, mir angeschafft. Sehr gut geschrieben. Ich kann euch Titel und, Dings eigentlich mal irgendwie verlinken oder so, weil ich das ganz gut finde, so als Einstieg in die Thematik, wenn man jetzt nicht gerade, äh, irgendwie Historiker ist, sondern vielleicht erst mal so einen laienhaften Einstieg darin braucht. Und, äh, er entzieht irgendwelchen Leuten hier was, das ist jetzt erst mal egal. Ähm, und ich habe da gelesen, äh, mit welcher Armeestärke William, der Eroberer, von der Normandie halt übergesetzt ist auf die, ähm, auf das englische Land. Und, da geht man dann tatsächlich in bestimmten Forschungsrichtungen von zwischen, ich glaube, 5.000 bis 10.000 Mann ungefähr aus. Das ist fürs Mittelalter eine unglaublich hohe Zahl. Also, das, was wir hier sehen, mal eben hier 4.000 ausheben, mal eben da 2.000, das ist schon, das ist schon seltener eigentlich. Also, normalerweise sind das mehrere hundert bis wenige tausend Soldaten im Kampf, je nachdem, wer beteiligt ist. Der Kaiser kann sicherlich ein bisschen mehr mobilisieren, wie so ein kleiner Graf. Aber, selbst wenn da mehrere Herzöge zusammenkommen, oder halt der Herzog der Normandie seine ganzen Magnaten da zusammenruft, äh, 5.000 bis 10.000 Leute, das war damals schon das absolute Maximum, was jemand auch logistisch auf die Beine stellen konnte. Ähm, man muss sich ja mal vorstellen, der musste dann, hat sich in irgendeinem, äh, französischen Borf an der Küste dann, mit allen zusammengefunden, die da mit sollten auf diesem, äh, auf dieser Überfahrt, und, äh, musste ja erstmal logistisch organisieren, da mussten erstmal viele eine Grundausbildung kriegen, trainieren, äh, äh, Schiffe mussten noch gebaut werden, einige Schiffe wurden natürlich auch, ähm, zur Verfügung gestellt, von verschiedenen Grafen, Herzögen und so, äh, Grafen und anderen Baronen, oder hast du nicht gesehen, die dann dort, äh, entsprechend auch Schiffe gestellt haben, das waren, glaube ich, irgendwie über 700 Stück, das entnimmt man zum, zumindest irgendeiner, ähm, ähm, Listenanfertigung aus, ich glaube, irgendeinem Kloster oder so, wird das beschrieben, sehr exakt, ähm, so, und dann hat man da, was weiß ich, ungefähr 3.000 bis 5.000 Pferde noch dabei, für die ganzen Ritter und so weiter, also schon ein riesen logistischer Aufwand, dass das, äh, funktioniert, dass man auch nicht, äh, wie in solchen Gefahr kommt, wenn die ganzen Leute alle irgendwo, mal ihre Notdurft verrichten müssen, ebenso die Tiere, und dann fängt das nicht nur an zu stinken, sondern ist natürlich auch immer eine Gesundheitsgefahr, ähm, weil man ja von Hygiene noch nicht so ganz, so mega viel weiß, also das ist, äh, ein riesiges Unternehmen damals gewesen, diese Eroberung Englands, die ja hier im Let's Play nie richtig stattgefunden hat, ähm, damals Herzog William unerfolgreich, jetzt haben wir schon fast 100 Jahre da hinten dran gehangen, und, äh, das Spiel dauert schon 97 Jahre an, das Spiel zeigt es mir ja gerade auch an, und, äh, jetzt hier immerhin mal so eine Revolte in England, eines, äh, Lockhards, äh, was? Lockhart? Gilderoy oder was? Ne, äh, von Witche, wird das glaube ich ausgesprochen, und er ist hier Godwin, Godwin war die, ähm, war die Dynastie, die also vor William, dem Eroberer, an der Macht war, und jetzt in unserem Let's Play hier immer noch an der Macht ist, nach fast 100 Jahren, das ist schon eine große Leistung eigentlich, für so eine Dynastie, weil England ist ein schwieriges Terrain, sehr viele, sehr viele Kleinadlige, Mitteladlige, Großadlige, auch ein paar, und irgendwie ganz, ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganz, ganz, äh, äh, schwierige Verhältnisse hier, immer wieder, äh, Aufstände, und hier gerade im Westen bei Wales, sehr aufständische, ähm, Adlige, die eigentlich mehr so in dieser, ja, wie soll ich sagen, fast schon in dieser keltischen Historie noch so ein bisschen drin stecken, sehr aufmüpfig sind, im Norden, die Pikten, und die Schotten, die da immer noch rumeiern, ähm, also da ist natürlich auch viel Potenzial für Konflikte da, und, äh, ja, mal ganz interessant, da hier nochmal einen Blick drauf zu werfen, das brutze ich jetzt gerade an, und ich denke mal, da können wir jetzt auch gerade weitermachen mit dem Let's Play, da habe ich jetzt mal ein bisschen ausgeholt, aber, ja, also ich werde euch das Buch mal verlinken, äh, mit Titel und Autor, damit ihr mal wisst, äh, wo man sich da vielleicht einen kleinen Überblick verschaffen kann, zumindest für die Thematik 1066, äh, Schlacht von Hastings, wer gegen wen, äh, was sind das für Herrscher hier, der Harald, äh, aus Norwegen, der, äh, der Kontrahent hier aus England, weiß gar nicht mehr, wie der hieß, äh, nachdem Eduard gestorben ist, der, Harald, glaube ich, der hier nachgefolgt ist, und, äh, der dann angefochten wird, unter anderem von dem, norwegischen König und natürlich auch von William von der Normandie, und, ja, einfach eine interessante Gemengenlage, auch mal so zu sehen, äh, wie funktioniert das überhaupt, Vorbereitung von so einem Feldzug und so weiter und so fort, also, sehr umfassend beleuchtet, dass da die Motivlage, auch die Quellenlage, wie dann versucht wird, mit, äh, Chroniken und ähnliche mehr, natürlich auch immer zu rechtfertigen, warum denn jemand irgendwie Anspruch auf das Königtum erheben darf, weil das, weil das halt wirklich darf, weil, äh, angeblich irgendwelche Versprechungen gemacht wurden, und pipapo, das wird dann so logisch runtererzählt, wenn man das einfach so runterlesen würde, würde man denken, ja, scheint so zu sein, scheint zu stimmen, und in Wirklichkeit ist da natürlich sehr viel zusammengesponnen worden, in der Schrifttradition der Mönche im Mittelalter, um eben dem, äh, passenden Herrscher auch seine Legitimation zu geben, denn, äh, William der Oberer war wohl keinesfalls ein legitimer Nachfolger auf den Thron von England, wie man sich sicherlich denken kann, und, äh, er hat allerdings mit seinen Leuten hier sich was zusammengesponnen, ja, und man hat ja auch eine super Illustration, gerade aus der Normandie mit dem Teppich von Bayeux, der ist ja wirklich weltbekannt, der viele, viele Szenen zeigt, auch viele, ähm, Szenen aus dem Alltag des Mittelalters oder auch aus dem Alltag einer solchen Schlachtvorbereitung, da sieht man dann, was weiß ich, wie die Leute die Boote bauen, die dann noch erstellt werden, weil man nicht genug Boote zusammenbekommen hat, und dann werden noch so ein paar Bäume gefällt und Planken draus gebaut und haut man die zusammen, äh, zu irgendwelchen Booten, und, äh, solche Geschichten, wie die Krieger ausgerüstet sind und so, das kann man sehr schön natürlich auf solchen Bildquellen immer ablesen, ähm, ja, ein sehr spannendes Thema, tangiert unser Let's Play jetzt hier nur so ein bisschen am Rande, aber, dachte mal, das könnte euch eventuell interessieren, jetzt aber wieder zurück hier zum, ähm, zum eigentlichen Geschehen, der Bogenschießwettbewerb des Sommerfestes lief sehr gut, die Zielscheibe und der Bereich außen herum war voller Pfeile, einige hatten genau ins Schwarze getroffen, andere aber die Zielscheibe gänzlich verfehlt, der Sieger war ein bescheidener Mann, der nach Erhalt seines Preises ziemlich schnell verschwand, und ja, worauf das so anspielt, äh, wer mal Robin Hood gelesen hat, der weiß es natürlich, billigt Wohltütigkeit, achso, wir, wir geben ihm jetzt was, weil er ein guter Bogenschütze ist, verlieren 5 Gold, und Baron Duves Meinung von uns ändert sich in plus 5, das können wir gebrauchen, ist ja unser Verwalter, verdächtig, naja, wir sind jetzt ja alles, aber bestimmt kein paranoider Charakter, im Gegenteil, wir geben ihm 5 Gold, das ist okay, so, was ist das hier, achso, hier will mir schon wieder der König von Frankreich einen Kommandantenposten anbieten, den ich als Einbeiniger und Einarmiger immer noch nicht annehme, ah, und jetzt auf einmal soll ich Verwalter werden, das ist natürlich auch Schwachsinn eigentlich, aber, da kann ich wenigstens nicht bei sterben, also zumindest nicht auf direktem Wege, von daher akzeptieren wir mal und werden Verwalter im Königreich, interessant, so, Graf Kotschak ist zurückgekehrt, er ist wieder in der Lage, seine Pflichten als Agentenführer auszuüben, warum war der denn weg, was ist, intrigieren, Wieso war Graf Gottschalk und mein Bruder denn da weg, hat er sich versteckt, aber wovor, das Lagerfieber ist doch gar nicht bis zu uns gekommen, hm, interessant, naja, auf das Sommerfest hatte ich einen Affendomteur eingeladen, die Vorstellung lief so lange gut, bis sich einer der Affen weigerte, auf einem Schwein zu reiten, der Domteur schlug den Affen mit einem Stock, worauf ihn die anderen Affen attackierten, sie bissen ihn und schlugen ihn mit seinem eigenen Stock, geschieht ihm recht, billigt Ehrlichkeit, Graf Ildebrandus Meinung, hier ist euer Geld, nun packt euch hinfort, hm, warum denn Graf Ildebrand, das ist doch hier Bischof Wicher gemeint, oder nicht, naja, wir sind ja nicht wirklich schadenfroh, oder so, na, der soll sein Geld nehmen und abhauen, ist schon okay, dafür geben wir gerne noch ein bisschen was aus, Graf Simon kaufte bla 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 frei, das ist okay, ist jetzt nicht ganz so wichtig, ja, unser Gefolge steht natürlich auch immer noch, die 300 Mann, die bleiben uns auch erstmal erhalten, äh, Anherzog Rudolf, wir schlagen vor, dass Jasper der Vormund und Mentor von Kleinadelheit wird, damit sie als anständige, französische, katholische Frau erzogen wird, ja, sie ist jetzt ja eigentlich, äh, holländisch noch, ähm, sie kann natürlich dann französisch erzogen werden, weiß nicht, ob das so, richtig dolle ist, aber, wir haben es bisher mal abgelehnt, und uns eigentlich immer unbeliebt gemacht, bei den Königen von Frankreich, äh, vielleicht ist es nicht verkehrt, das jetzt zumindest für die Adelheit mal einmal zu akzeptieren, ich glaube, das machen wir mal, so, selbst die Kirche missbilligt Jongleure und nennt sie Gaukler, ich aber mag ihre lustigen und derben Auftritte auf dem Sommerfest, wir verlieren jetzt Pietät und gewinnen Prestige, spaßige Dinge kann die Kirche nicht leiden, wenn es der Kirche nicht gefällt, ziemt es sich dann für mich, ach, ne, wir müssen uns jetzt bei Wicher, glaube ich, nicht weiter einschleimen, da war eh schon 100, ähm, ja, ich finde das toll, ich freue mich daran, der kann gleichzeitig 9 Äpfel jonglieren, yeah, so, die Hausierer laden ihre Waren auf, und die Händler bauen ihre Stände ab, die Jongleure, fahrenden Schauspieler und das andere Unterhaltungsvolk bereiten sich auf die Abreise vor, das diesjährige Sommerfest ist zu Ende, es hat großen Spaß gemacht, 10 Prestige, sehr gut, sehr, sehr gut, so, Jägermeister wurde ernannt, ja, Prosit, ein Jägermeister, so, warum befindet sich Herzog Robert in Klausur, es, warum, hier ist doch gar nichts, das ist doch alles noch weit weg, Schwindsucht, hä, warum hauen die denn alle ab, was sind denn das für feige Säue, sag doch mal, so, ich bin in Anju, ach, hier ist die Schatzkammer im Übrigen, genau, seit 1158, so, jeder Zentimeter dieser goldenen Reifkrone ist mit Perlen in allen Größen bedeckt, die durch Saphire sowie durch Gemmen ergänzt werden, auf denen ihr, auf denen in Perlmoth eingravierte religiöse Charaktere abgebildet sind, hm, ein Rubin-Zepter, dieses mit Opalen, Almandinen und Perlen geschmückte goldene Zepter, ist an der Spitze mit einem beeindruckend großen schimmernden Rubin besetzt, oder goldene Schwert, diese vergoldete Klinge mit vergoldetem Heft, taugt zwar nicht zum Kämpfen, macht jedoch einen gewaltigen Eindruck auf die Untertanen seines Eigentümers, der Knauf ist mit einem prächtigen Smaragd verziert, also die Stammes-Vasalen werden am meisten beeindruckt, durch das goldene Schwert, ich glaube, das nehmen wir auch an uns, aber wir kriegen anscheinend, wir kriegen sowieso die Boni von, allen irgendwie, so wie das hier aussieht, kriegen wir die Boni sowieso komplett hier, 6,6,8 und 0,6 Prestige, das ist natürlich schon echt nice, dass wir hier uns so ein Inventar mehr oder weniger haben anschaffen lassen in der Schatzkammer, das ist schon cool, Prinzessin Almudi mag mich nicht, schockiert über Nachfolgeänderungen, Titelforderer, Anziehungswert zu einhändig und einbeinig, ja gut, dass das nicht so dolle ist, wissen wir, sie ist aber auch ehrgeizig, okay, nochmal Kommandanten anbieten, nee, mein Freund, ich bin kein Kommandant mit meiner Doppelbehinderung, ich glaube, das sollte sich so langsam rumgesprochen haben, ja, mal gucken, so, wann haben wir denn jetzt endlich mal hier einen Anspruch fingiert, das dauert ja wirklich Jahrhunderte gefühlt, na gut, so lange leben wir nicht, aber das kann doch jetzt mal wirklich enden, okay, so, wir können Gelage abhalten, wieder für 25 Gold, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, machen wir mal, ein großes Gelage in Anjou, weil er gerade in Anjou ist oder was, okay, eigentlich müsste man sich ja vorstellen, das findet in Brügge statt, aber okay, die wandernden Tänzer haben zunächst für uns getanzt, dann haben sie den Rest aufgefordert mitzutanzen, als ein besonders flottes und fröhliches Lied gespielt wurde, ich habe getanzt, bis mir die Luft ausging und mein Gesicht rot anlief, dann musste ich mich eine Weile hinsetzen, um mich einen Moment auszuruhen und die Höflinge mit den Tänzern zu beobachten, so vergnügt habe ich sie noch nie gesehen wahrscheinlich, sehr erheiternd, doch meine Gäste sind zu alt für sowas, oder ich wünsche euch für mein Fest anzuhören, na komm, wir haben immer so viel Geld, wir können mal ein bisschen was investieren hier, als ich die Türe öffnete, sah ich niemanden, aber als ich zur Seite schritt, um sie zu schließen, kam eine Gruppe von Akrobaten, ratschlagend und mit Purzelbäumen hineingerauscht, sie vollführten alle möglichen Tricks und jeder, der ihnen zusah, applaudierte, als sie fertig waren. Joa, ihr werdet perfekt für mein Fest, auch da, komm, schmeißt das Geld raus, die Ritter von Kalatrava, der Orden von Kalatrava ist der jüngste Zugang in der Streitmacht des Kreuzes, er wurde gerade erst durch ein Dekret der katholischen Kirche privilegiert. Der Name bezieht sich auf eine der, auf eine der Klauen der muslimischen Ungläubigen in Iberien entrissene Burg, ach, den Klauen der muslimischen Ungläubigen in Iberien entrissene Burg und die Ritter stehen bereit zum Kampf gegen die Heiden und zur Verteidigung der Frommen im Namen jedes katholischen Herrschers, der bereit ist, für ihren Unterhalt aufzukommen. Mögen ihre Schlachten siegreich enden. Alles klar. So, der schönste Teil der Vorbereitung eines Gelages ist die Entscheidung über das Essen. Hirsch muss aufgetischt werden, Wildschwein und Ente, an Gewürzen und Met darf es auch nicht fehlen. Für den Nachtisch, hm, Käse und vielleicht einen Schwan oder einen Pfau. Ich glaube, genug ausgeben, dass niemand hungrig nach Hause gehen muss, das sollten wir schon tun. Das ist das Wichtigste am Gelage. So, die meisten Vorbereitungen für das Gelage sind abgeschlossen. Jetzt muss nur noch, jetzt muss ich nur noch die Einladung verschicken. Damit werden sie verschickt. Das war früher mal ein bisschen anders. Herzog Rudolf, Ludwig, ich kann nicht zum Gelage kommen. vielmehr weigere ich mich auch nur einen Fuß in eine Burg zu setzen, in der ihr euch befindet. Alles klar. Also, was der gegen mich hat, weiß ich auch nicht. Nun, ich kann euch auch nicht leiden. Verachtet. Okay. Das ist ja... Okay. Interessant. Mal gucken, was die anderen so sagen. Okay, endlich... Die Gäste sind da. Ist überhaupt jemand gekommen? Alles ist vorbereitet. Die Küche haben Tag und Nacht an der Zubereitung des Etzes gearbeitet und die Burg sieht schöner aus als je zuvor. Willkommen zu meinem Gelage. Fresst euch zu Tode, meine lieben Vasallen. Eure Provinzen nehme ich gerne an mich. Bischof Alwin wurde auf seinem Weg hierher von einer Wegelagererbande angegriffen, die durch die Anjou-Streifen. Ich verstehe seinen Ärger deswegen, okay. Wann findet das jetzt überhaupt in Anjou-Stadtopfer? Hm. Ja, das beste Gelage des Jahres, Prestige, äh, plus fünf, ja. Okay. Ne, ist in Ordnung. Ich habe nie bedacht, was für ein Glück ich hatte, zwei gesunde Beine zu besitzen. Ach, die Freiheit, überall hingehen und tun zu können, was ich wollte. Ich bin ein Herzog, doch jetzt behindern mich diese verdammten Krücken. Es ist unter meiner Würde, so herumzurumpeln. Manchmal komme ich mir lächerlicher vor als ein Hofnarr. Ich könnte mir jetzt eine Prothese anfertigen lassen. Erstmal für relativ viel Geld. Eine naturgetreue Beinprothese, um euer fehlendes Bein zu ersetzen. Dann bekomme ich Beinprothese mit Auswirkung Sex Appeal plus zehn. Mit über 50 brauche ich natürlich noch Sex Appeal. Ganz viel davon. Persönliche Kampffertigkeit plus drei oder ein simples Holzbein. Dann habe ich nicht mehr so viel Sex Appeal. Kostet mich aber auch weniger. Kampffertigkeit ist trotzdem um plus drei erhöht. Wir haben jetzt ja aktuell minus drei. Ja, ich glaube, eine normale Prothese reicht doch, oder? Ich meine, so viel rausschmeißen, Sex Appeal mit 50 Jahren. Gut, meine Frau ist jetzt nicht die unhübscheste. Aber ja, Kinder haben wir ja eigentlich genug. Es ist mir gleich, was sie denken. Ich will nur einen Teil meiner Ernst. Obwohl er ist ja eigentlich erst stolz, ne? Das ist ja schon, wenn ich Sex Appeal habe, so ein bisschen sowas wie Prestige, ne? Das dadurch ansteigt, ne? Also von daher, eigentlich als stolzer Charakter ja, ich glaube auch, er versucht tatsächlich einen naturgetreuen Ersatz zu finden. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Beinprothese, ey. Beinprothese plus C, das funktioniert tatsächlich. Lol. Neutralisiert quasi den Malus. Okay. Interessant. So, wenn es einen Gott gibt, wieso gibt es dann all die Not, Trauer und lästerliche Ketzerei? Die Wege des Herrn sind unergründlich, das ist alles Teil seines Plans. Wir könnten jetzt eventuell eifrig werden, also mehr Kriegskunst und Kirchenmeinung noch bekommen. Oder Gott tappt genauso im Dunkeln wie ich. Wir werden zynisch. Hm. Ich glaube schon, auch wenn er nicht besonders gebildet ist, hat er doch ein ziemlich, ja, ein ziemlich primitiv, äh, ja, ein ziemlich naives Urverständnis für alles Göttliche, glaube ich hier. Ich würde sagen, er sieht das tatsächlich so. Die Wege des Herrn sind tatsächlich unergründlich. Es muss alles Teil seines Plans sein. Okay, Königin Asna von Navara akzeptiert das Friedensangebot von Agathe III. Weißer Frieden hat sie hingekriegt, okay. Naja, nichts Besonderes eigentlich. So, der Krieg ist auch bald vorbei. Es sieht tatsächlich so aus, als wenn Imer Atisi hier den Kürzeren ziehen sollte. So, wir könnten mal gucken, was ist denn hier eigentlich mit dem, mit dem Lehensrad. Wir sind jetzt ja als Verwalter auch da drin. Ich glaube, Rumsucht. Hm. 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 Ja, ich glaube auch, da ist, ähm, Rumsucht schon das Richtige für uns. In Anbetracht der strategischen Lage. So, irgendwer wurde wieder freigekauft. Nett. So. Mal ein kleines Autosave. Autosave. Das haben wir auch eigentlich alles schon abgegolten. Ja, Baron Duwe ist jetzt echt kein so doller Verwalter, aber wir haben echt keinen besseren. Das ist ja unfassbar. Baudewin wäre noch da mit sieben, aber das kommt auch noch nicht hier an neun heran. Unglaublich. Im reichen Flandern gibt's keinen besseren Verwalter wie so einen annehmbaren. Nun gut. Der Agentenführer Gottschalk hat sich nach Genn zurückgezogen. Warum? Es ist hier nichts. Die Schwindsucht ist da ganz unten. Was wollt ihr hier? Befinden sich in der Klausur. Hm. Na denn? Okay. Warum auch immer. Whatever. Ich sagte zu Beatrix von Frankreich, dass es Zeit sei nach Hause zu gehen. Sie schaute mich mit einem Grinsen auf dem Gesicht an und schlug vor, ein Wettrennen zu machen. Dabei sollte ich meine Sachen ganz allein tragen. Beatrix wird eventuell ausgelassen mit sechs Jahren. Wie sehe ich das denn? Ich bin zwar tapfer, aber auch gemäßigt. Ich bin stolz. Familie im Fokus. Ja, ich denke mal mit ihr um die Wette laufen, okay? Ja, doch. Beatrix hat niemals schlechte Saune und beim Spielen keinerlei Sorgen. Sie ist jetzt verspielt. Okay. Alles klar. So, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich wollte. Damn. Ach, genau. Hier war ich. Beim Hospital. Ich könnte jetzt erstmal ein Krankenhaus bauen. Das ist natürlich jetzt echt ziemlich teuer. Gibt uns ein bisschen Krankheitswiderstand. Müssen wir so oder so irgendwann mal bauen. Und da ja aktuell auch diese Geschichte mit dem Fingieren der Ansprüche scheinbar auch nicht vorankommt. Und es noch ewig dauert, bevor wir hier das neue Besitztum bauen können. Wobei, so lange eigentlich nicht, ne? Oder warte ich das jetzt noch ab? Ich glaube, das könnte sich lohnen, das abzuwarten. Kaiser Ehrenfried hat König Bernhard von France Angebot angenommen, sich dem Schia-Dschihad für Jerusalem anzuschließen. Lol. Okay, wir haben im Prinzip auch schon alles verloren. Okay. Ja, dann macht euch mal auf, wenn es eh schon fast zu spät ist. Das juckt mich nicht. Im Gegenteil, das ist mir ziemlich Wayne. Ich komme da immer noch nicht drüber, dass seine Frau muskulös und eher gebrechlich ist. Das ist wirklich bescheuert. Vor allem eine Frau, die ziemlich muskulös ist. Wie sieht die denn aus? Wie so eine, was ich, wie so eine Bunny-Bilderin oder wie? Was ist denn da los? Das ist ja wirklich interessant. Ja, wir können jetzt momentan auch nicht sehr viel machen, leider. König von Frankreich werden, ja gerne, aber das beinhaltet natürlich, dass wir auch von mehr Leuten gewählt werden. Der unterstützt sich selbst. Ne, der wird von Barthiliemi unterstützt. Hmm, na gut. Wir schauen uns das mal in der nächsten Folge an. Vielleicht können wir ein bisschen was machen. Vielleicht können wir tatsächlich ein bisschen hier Stimmen sammeln. Ja, bei ihm ja nun nicht. Sein eigener Sohn wird er ja nun immer bevorzugen. Aber vielleicht bei anderen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenhauer. Bis dahin, macht's gut.